Ein Hauch von Geheimnis liegt in der Luft, wenn sich das Verhalten eines Hundes langsam zu verändern beginnt. Die subtilen Anzeichen einer Schwangerschaft bahnen sich schleichend ihren Weg und aufmerksame Hundebesitzer können die leisen Signale erkennen, die das bevorstehende Wunder ankündigen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die schrittweisen Anzeichen, die eine werdende Hündin offenbart, wenn sie den Weg zur Mutterschaft beschreitet. Zu Beginn dieser aufregenden Reise können feine Veränderungen im Verhalten des Hundes auf eine bevorstehende Schwangerschaft hinweisen. Manchmal werden die Hündinnen anhänglicher, suchen vermehrt die Nähe ihrer Besitzer und scheinen eine ruhigere, sanftere Seite zu zeigen. Dieser subtile Wandel kann leicht übersehen werden, doch für den Aufmerksambeobachter sind es die ersten zarten Schritte in Richtung Mutterfreuden. Ein weiteres Indiz für die werdende Mutter ist die mögliche Veränderung in den Essgewohnheiten. Einige Hündinnen verlieren vorübergehend das Interesse am Futter, während andere plötzlich einen gesteigerten Appetit entwickeln. Dieser schleichende Wechsel im Essverhalten ist ein weiteres Puzzlestück, das die aufkommende Schwangerschaft andeutet. Mit fortschreitender Zeit werden auch physische Veränderungen sichtbar. Die Bauchregion kann allmählich am Volumen zunehmen, während die Zitzen anfangen, sich zu vergrößern. Ein erfahrener Tierarzt kann durch eine sorgfältige Untersuchung erste Anzeichen einer Trächtigkeit bestätigen und den Gesundheitszustand der werdenden Mutter überwachen. Während sich die Schwangerschaft entwickelt, wird das Verhalten des Hundes weiterhin Nuancen von Fürsorglichkeit und Vorsicht offenbaren. Die werdende Mutter beginnt möglicherweise einen Nistinstinkt zu entwickeln, indem sie einen gemütlichen Platz für die bevorstehende Geburt sucht und sich dort niederlässt. Diese aufeinander aufbauenden Anzeichen verleihen der Reise zur Hundemutterschaft eine faszinierende Dimension. Die behutsame Beobachtung und einfühlsame Fürsorge seitens der Halter spielen dabei eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die werdende Hündin eine reibungslose Schwangerschaft erlebt und gesunde Nachkommen zur Welt bringt. Weißt du eigentlich, warum dein Hund nicht im Bett schlafen sollte? Schau dir jetzt das Video an, was du an dieser Stelle im Bild siehst. Vergiss auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video verpasst. Schau dir jetzt das Video an, was du an dieser Stelle verpasst.